Ihr wollt euch bei uns in Schwerte für eure Mitmenschen Natur und Kultur engagieren, aber die Umsetzung eurer Idee wird durch finanzielle Hürden und die Suche nach Sponsoren erschwert? Was wäre, wenn ihr mit eurer Idee ganz einfach mehr Menschen direkt erreichen könntet? Die Schwerte-Crowd hilft euch dabei, damit ihr zum Beispiel euren Spielplatz erneuern könnt. Auf der neuen Crowd-Plattform der Stadtwerke Schwerte und Sparkasse Schwerte könnt ihr unter www.schwerte-crowd.de ab sofort eure kreativen Ideen vorstellen. Hier erreicht ihr eine Vielzahl von Menschen, die an euch glauben und ganz einfach zu neuen Unterstützern werden können. Und so funktioniert's. Ihr habt bis zu 60 Tage Zeit, um Spenden zu sammeln. Und das Beste, die Sparkasse und die Stadtwerke geben pro Spende von 10 Euro noch einmal 5 Euro aus dem Spendentopf dazu. Kommt die Wunschsumme zusammen, wird das Geld an euch ausgeschüttet. Gelingt die Finanzierung für euer Projekt nicht, erhalten die Unterstützer unkompliziert ihr Geld zurück. Dabei garantiert die Schwerte-Crowd völlige Transparenz und Sicherheit. Alles, was ihr braucht, sind gute Fotos oder Videos, eine Projektbeschreibung und eine Zielsumme. Das Schwerte-Crowd-Kuratorium prüft die Kampagne für noch größere Erfolgschancen. Zusätzlich erhaltet ihr Unterstützung durch ein Webseminar und vieles mehr. So können eure Projekte auch in Zukunft zu mehr Lebensqualität in Schwerte beitragen.